Gut, euch an meiner Seite zu haben. Ich könnte mehr vertrauenswürdige Leute brauchen. Wenn ihr Tränke braucht, solltet ihr bei Arcadias Kupferkessel vorbeischauen. Ich bin hier, um Essen zu kaufen, Naseen. Darüber müsst ihr euch wohl keine Gedanken machen. Mein Herr, habt ihr eine Münze übrig? Ihr solltet mit dem Jarl in Drachenfeste sprechen. Er kann jede Hilfe gebrauchen. Ich bin Mögenfeste. Ich bin Mögenfeste. Ich bin Mögenfeste. Vielen Dank.